Wer vom höchsten Berg runterspringen kann, ohne dabei drauf zu gehen. Ich habe das vorhin leider verpasst. Guck mal, du hast gerade eine Hyäne angelockt. Bleib mal stehen, damit ich sie platt machen kann. Oder ist sie so extrem bissig, dass ich gleich platt bin. Oh, jetzt habe ich erst mal einen Darbsch, ne? Ja, ja, ich gehe schon weg. Ich gehe schon zusammen. Also das wäre bei PvE natürlich wirklich ein bisschen besser. Vielleicht sollten wir bei Jorrit PvE weiterspielen. Oh, Trangu hat schon wieder 2 Euro in die Kasse geschmissen hier. Danke, Trangu. Es ist der Hammer. Es ist wirklich der Hammer. Also wenn ich in meine YouTube-Statistik reingucke, sehe ich, dass ich jeden Tag spielen müsste. Ja, wird sich lohnen. Ja, jeden Tag ein Livestream. So wie Sarata das im Moment macht. Dann haben wir... Ja. Ja, warte. Gleich fällt wieder eine runter. Also, Ibe, wir haben es überlebt. Keiner ist runtergestürzt. Hallo, Samiju und herzlich willkommen. Samiju ist neu hier. Ich wünsche euch einen guten Abend. Ich muss gleich. Trangu muss gleich schlafen gehen, hat er geschrieben. Trangu, die ganzen Videos gibt es alles irgendwann. Ich mache in Zukunft täglich, Conan. Ich werde heute oder morgen mich damit beschäftigen, dass du auch zu veröffentlichen, dass es täglich was kommt. So, Shino. Ich bin überlebt. Shino Tenchi ist übernommen. Dann muss eben erstmal die Rüstung ausziehen. Hast du grad wirklich die Rüstung? Nee, hast du nicht. Die sind schon hinten so oben ohne aus. Ich dachte, es ist wirklich die Rüstung ausgezogen. Ich könnte die Rüstung nicht ausziehen, dass du das Video nachher schneiden musst. Ja, genau. Ich guck schon weg, guck mal. Ich bin schon hier hinten an der Ecke. Das Ding ist tatsächlich, das kann man ja dann hinterher melden, ne? Das Video. So, also dann, ja, tschüssi, Trangu. Die alte Hexe schreibt, die Jungs wollen das Klettern üben, schreibt die. Ja, wir wollen Klettern üben. Genau. Das ist das Highlight in dem Spiel. Kommt mal zu mir, bitte. Wobei man, man muss ja dazu sagen, wo sie denn hinkommen, da muss ja dazu sagen, ja, in dem Spiel kann man überhaupt klettern. Das geht ja bei Ark zum Beispiel nicht vorbei, wenn es bei Ark auch nicht braucht. Also ich geb euch jetzt, also ich hau jetzt mal ein Set raus, das muss einer sich nehmen und das dann gleich kriegt. Mann! Okay, dann geh ich. Das gibt's genau gleich nochmal. Davon macht schon Ballstanz, guck mal. Ja, kannst du als Erster nehmen, den Quichy kommt. Ne, nehm du als Erster, nehm ruhig du als Erster. Ich würde mich nicht... Ich werde gedreht in hier. Okay, also, einmal... Das. Einmal das. Einmal das. Einmal das. Dann das. Dann das. Das. Guck mal, ich brenne jetzt ja den Jochi an. Guck mal. Das sieht auch cool aus. Nimmst du dich das mal? Hab ich gemacht. Ja. Dann komm mal... Warte kurz, dann ähm... Bist du da? Ich bin da wo es brennt. Warte. Na, ich bin da wo es brennt. Eins. Zwei. Ähm. Gibst du mir jetzt wieder eine Damenkleidung? Nein. Äh. Äh. Wo ist denn das Haus rein? Ja. Diesen komischen Fisch, den ich euch gegeben habe. Pack dir mal hier in so eine Presse rein. Äh. Okay. Dann gehen wir gleich mal die hier öffnen. Diesen komischen Fisch. Du meinst diese 15 Fische, diese blauen, ja? Ja, genau. Den unappetitlichen Fisch. Ja. Ja. Na komm rüber, du Scheiß, du bist Ding. Oh. Das will nicht. Ja, jetzt. So, hab ich drin? Du bist eine Stufe aufgestiegen, sagt er. Ja. So. Äh. Dafür, jetzt müsstest du ihm das Sternenmetall noch geben, dass er dir das auch kriegt. Sternenmetall? Oh. Jetzt geht's ab, ja. Also... Nur zum Level. Und das Rohmetall, das Blaue auch. Ich weiß nicht, ob das zählt. Du bist wieder eine Stufe aufgestiegen. Hahaha. Ja. So. Äh. Dann... Er hat es aus einer Sternschnuppe gewinnen. Ich gehe kaputt. War es das nicht alles gibt. Ja. Aber wo würde man diese Sternschnuppe eigentlich im Normalfall finden? Also wenn ich jetzt... Ein Eisgebiet, die musst du mit einer Sprengvase musst du... Also das ist ein Meteor. Dann musst du mit der Sprengvase aufknacken. Okay. Dann kannst du das abbauen. Okay. Ich hoffe euch jetzt nochmal drei Sachen. Die müsst ihr euch dann aufteilen und die hätte ich auch gern wieder. Also ich nehme jetzt... Einfach mal nehmen. Einfach mal nehmen. Eine Waffe aus schwarzem Eis erlangen. Habe ich jetzt. Oh, Trophäe erhalten. Ein Plünderer. So. Genau. Jetzt habe ich das. Aber jetzt habe ich das... Das willst du das wieder haben, oder? Ich schmeiße das wieder hin. Das heißt... Ja, gibt's mal im Darfur dann noch, dass der den auch noch hat. Die Level. So. Jetzt habe ich noch 50 Krebse. Und Feuersteinpfeiler habe ich auch. Und dann habe ich die Teakugel, Dämonenfeuerkugel und noch die Hexenfackel. Feuer, Fackel, Fackel. Also die Fackel kannst du behalten. Die Hummer auch. Die sind zum Essen. Und... Und was wollte ich noch. Und... Die Dämonenfeuerkugel müssen wir gleich auch benutzen, aber nicht hier in der Base. Warte mal. Was ist das? Warte mal. Rüstet schon mal die Teakugel und die Dämonenfeuerkugel aus. Geht gar nicht. Die Teakugel ausrüsten. Wie meinst du das? Ins Auswahlrad. Ins Auswahlrad nehmen. Okay, machen wir. Dann... Anstatt der Fackel. Und die andere... Anstatt des Bogens. So habe ich. Okay. Ähm... Den Trank, wo ich euch gegeben habe, den könnt ihr nachher mal nehmen. Das ist ein Heiltrank. Achso, warte mal. Wird mir grad noch was ein. Mhm. Ja, na, na. Kann ich auch reden mit einem Channel? Kannst du reinziehen? Äh, Ali ist hier. Warte, was auf. Ali ist mit dabei. Hallo, Ali. Guck mal, der Ali. Wo der Ali guckt. Hier, ihr... Ich habe euch noch, äh, Verbände getroppt. Du müsst euch halt teilen. Okay, warte. Na ja, davon nimm ruhig erstmal. Ähm... Ob das der Ali, was auch gleich kriegt das der Ali mit. Mal gucken, gleich kriegt das mit, wenn er das im Stream sieht. Mal gucken, was da gleich passiert. Da, da, wo hast du? Hast du aufgeteilt? Ach, hast du. Gut. Hallo, Ali. Hier. Hier wird der wirklich getanzt. Guck mal. Hallo. Na Ali, wie geht's so? Ich glaube, der hört uns gar nicht. Oder der mag dich nicht und deswegen redet er auch nicht mit dir. Ja, schüchtern geworden. Vielleicht. Ich glaube nicht. So, okay. Ähm, was habe ich jetzt alles getan? Was brauchen wir jetzt noch? Ich habe... Okay, gut. Nichts habe ich. Den Bogen habe ich noch. Hier die Verbände, die... Die Hummer, die nehme ich lieber als Essen. Das ist ein richtig gutes Essen, oder? Ja. Gekochte exotische Schalentiere, die machen satt. Dann kann ich den Rotz hier ablegen. Dann kann ich auch das hier ablegen. Holzfeld brauche ich auch nicht mehr. Die Eisschabe hebe ich mir aber mal auf. Was habe ich denn hier noch? Menschenfleisch. Menschenfleisch brauche ich auch nicht, oder? Kannst kochen und essen. Ja, aber... Holz habe ich noch. Gekochten Fisch habe ich noch. Wildfleisch. Fischstreifen. Achso, ich habe... Ähm... Ja? Ich gehe schnell raus aus dem Channel. Kannst du mich wieder reinziehen? Weil ich höre euch nicht. Ja, alles klar. Achso, er hört uns nicht. Hahaha. Er hört uns ja nicht. Soweit sind du es, was ich gesagt habe, ne? Ja, im Stream hört das doch dann. Ja, bist du wieder da? Boah, ja. Gut. So. Darfuhl. Dancing. Äh... So. Jetzt sind wir jetzt immer soweit. Ja, wir können. Also, Jori, wir können jetzt von mir aus. Die Letzte, mach dich mal. Die Teer zu. Ich hätte die Gefeileihe zu. Weil die kein automatischen Schließmechanismus ist. Doch, aber wir haben hier, hier in Feuer der Base und die laufen dann rein. Ähm... Jetzt geht mal einer hin und schmeißt die Teerkugel darüber und danach die Dämonfeuerkugel auf die gleiche Ecke. Okay. Okay, Darfuhl, du zuerst. Ich will nicht falsch machen. Ist ja viel falsch, Mann. Okay, Darfuhl, jetzt wird es auch mal brutal. Oje, Darfuhl. Kannst du auch direkt unter dich schmeißen. Oh ne, mach dann. Darfuhl, das geht schief. Was hast du jetzt gemacht? Es brennt. Das war die Dämonenfeuerkugel mit Teer. Aha. Und dann kriegst du einen Fortschritt. Kugeln irgendwie vereinen oder so. Okay, warte. Also jetzt auch. Das heißt, welche muss ich zuerst schmeißen? Die zuerst die Teerkugel. Ja. Aber bitte nicht in das Feuer, sonst zählt es nicht. Okay, also. Irgendwo weiter. Auf den Darfuhl. Ich war mal auf den Darfuhl. Auf den Darfuhl zieh dich jetzt mal. Ja, die Teerkugel ist nicht schlimm. So, das habe ich eher hingesch... Hui. Okay, jetzt schmeißt es. Habe ich getroffen? Habe ich getroffen? Habe ich getroffen. Kugel-Effekte kombinieren. Wie cool. Aber wie viele von den Kugeln habe ich denn jetzt? Achso, gar keine mehr. Ja, jetzt kannst du dich nur schnell leveln, wenn du es noch nicht gemacht hast. Ja. Jetzt gehen wir mal gucken. Jetzt gucken wir hier mal rein. Und jetzt habe ich 31 Punkte. 31 Punkte. Ähm. Das war es schon. Habe ich alle verdattelt jetzt. So. Präzision brauche ich grundsätzlich wahrscheinlich nicht. Stehvermögen. Na gut. So. Talente. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Kann ich später machen. Talente. Gut. So. Ich habe jetzt Stärke hochgelevelt einfach. Ich mache jetzt richtig Damage. Ich bin brutal. Buh. Okay. Und jetzt? Achso. Ich bin hier unten. Also warte mal. Was steht hier? Davu macht sein eigenes Let's Dance. Genau. Und dann schreibt Kani Bye 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 Leute. Kani Gute Nacht. Machs gut. Ich glaube ich stream immer viel zu spät. Wo seid ihr denn? Ist er runtergesprungen oder was? Ja. Ja na das ist ja toll. Freue ich mich. Ich tanz hier für dich. Ich versuche jetzt mal hier nicht zu sterben. Okay. Ich sterbe nicht. Runter. Hallo? Ja hallo Ali. Hallo. Ja. Ali hört uns. Hört uns Ali wieder nicht? Ja. Ja ich höre euch. Ja ja. Ja ja. Ali schläft schon. Ja. Ich muss schlafen gehen. Ich muss zum Mittag. Ach schade. Wir gehen ja auch gleich schlafen. Gehst du auch gleich schlafen? Ja ja. In einer halben Stunde gehe ich auch schlafen. Aber wir machen noch. Schlafen. Du kannst das. Wir machen vorher noch die Instanz kaputt hier. Darfu was ist da los? Darfu rennt hier rum. Okay dann gehe ich mal. Ali schönes dabei gewesen bist. Dann schlaf gut dann ja. 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 Gute Nacht. Genau. Ja. Gute Nacht. Ja. Ja. Ich habe schon überlegt. Nächstes Mal Darfu. Was hältst du von der Idee wenn wir vielleicht das nächste Mal einen Fortnite Stream machen. Du kannst doch auch Fortnite spielen oder? Nein. Ich kann PUBG. Bullet Force. Rulis. Ich kann erst auf Android im Sommer. Im Sommer genau. Genau. Im Sommer gibt es Fortnite für Android aber der Darfu der hat es ja schon auf der Playstation denke ich. Und der Jochi auch oder? Jo. Jo. Ich bin aber schlecht. Ich sag's dir gleich. Haha. Du wir sind alle mega schlecht. Das wäre ja mal das super absolute mega schlechten Team. Wo muss man jetzt eigentlich hin? Alles gut. Ja warte. Ich stelle gerade noch was her. Achso. Ich bin in allen Games gut. Außer in der Schule. Hahaha. Das ist auch kein Spiel. Genau. Die Schule ist ja die harte Realität. Da ist es halt leider so dass es nicht zählt. Da musste gut sein. Und ist immer tot. Ja. Okay. Tschüss. Tschüss. Oh. Da darf er wieder mal. Guck mal hier. Da darf er wieder mal. Geht weg. Ich mach kurz. Ne. Ich will auch mal gucken ob meine Stärke was sich gelohnt hat zu leveln. Guck mal hier. Muss sich doch gelohnt haben dass ich hier alles auf Stärke gelevelt hab. Hey guck mal wieder eine Stufe aufstiegen. Yes. Ähm. Seid ihr alle da? Ja. Sieben Punkte habe ich bekommen. Sieben. So. Na ja dann machen wir das einfach mal so. Und dann machen wir hier noch. Was ist denn das Stehvermögen? Ja. So habe ich. Wo bist du denn jetzt hin? Da seid ihr. Noch ein Alligator. Guck mal hier. Und ein Affe da hinten. Na das könnt ihr wirklich selber machen. Da will ich nicht dabei sein. Guck mal hier. Guck mal hier. Ja. Die Schildgründe ist ganz gefährlich. Die Schildgründe ist ganz gefährlich. Ja. Der will nur nicht mehr mit uns reden. Der hasst uns. Ich glaube das kommt mir so bekannt vor. Da drüben rennt auch irgendwas rum. Am Krokodil. Da läuft jemand rum. Ja das sind NPCs. Die kämpfen jetzt gegen das Krokodil. Das wird ja super. So. Und da oben schießen welche mit dem Bogen. Ah guck mal. Ist das nicht geil? Komm jetzt können wir mal richtig aufräumen hier im Laden. Ja komm her Freundchen. Ich komm zu dir. Brauchst komm nicht wegrennen. So der ist weg. Ja die anderen sind auch weg. Dann Eis axt. So und dann gleich mal zack. Achso. Ja weiter am Fluss nicht lang dann. Aber viele tolle Scherben gibt es hier nicht. Hier liegt auch nur einer unter den ganzen Krokodil. Naja ist mir jetzt egal. Wo bist du jetzt hier? Warte 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 warte. Am Wasser? Ich stehe hier im Lager bei den Krokodil. Bei den Toten. Achso hier. Wo ist denn jetzt meine Axt? Meine Eis axt? Gibt hier noch irgendjemand? Nö das ist alles nur doch hier Eisscherbe. Da gab es noch Eisscherben. Reißzähne. Oje ich seh schon das schafft man aber gar nicht. Hier sind Schildkröte wieder. Aber die kommt ja. Die ignorieren wir jetzt einfach weiterlaufen. Du hast etwas entdeckt. Zerstörte Brücke. War schon doch gar nicht. Nö. Dann ist es doch. Hast du das mit jemandem reden schon gemacht? Nö. Nö. Jetzt ist es da früher da. Ich bin die ganze Zeit alleine das Mikrofon ausgeschaltet. Das ist aus Versehen. Oh mein Gott. Habt ihr das mit jemandem reden schon gemacht? Nö. Nö. Warte mal der Kempf. Da ist. Achso. Die du gerade gemacht hast. Ja. Kommt man mit hier hoch. Dann machen wir das auch noch schnell. Äh. Dann mach ich die ganze Zeit an die Luft reden. Auch gut. Gibt es hier nur genau eine Person mit der man reden kann? Oder warum ist das jetzt eine spezielle Aufgabe? Es gibt mehrere. Aber es sind. Also du musst NPCs finden zum reden. Achso. Diesen Dinger kannst du nur andrücken. Mit Viereck anquatschen. Dann erzählt er dir irgendwas. Ach nö. Jetzt hat hier einer gebaut. Wenn der jetzt despaunt, dann ist das richtig kacke. Aha. Kriegsherr Kalle. Hattest du hier unter Grenzen befohlen Sklave. Jetzt kommt Angriff blocken. Ein leichtes Rüstungsteil anlegen. Und jemanden zum reden finden. Wird immer noch da. Wird gelesen. Steht hier. Mit dem kann man reden oder? Ja. Also nicht hüpfen. Bei dem kannst du auch in Ammon. Bei dem kannst du auch in Ammon. Ja bei dem kannst du nehmen. Genau. Und die Religion kannst du auch lernen. Hä. Was seid ihr denn hingelaufen? Hier. In das Haus rein hier? Hier. Nein. Neben dem Haus links. Neben dem Haus links. Neben dem Haus links? Ja. Hier. 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 Und jetzt da hoch. Da wo es tanzt. Da wo es tanzt. Ich spiel mal so lange hier Bogenschütze. Anhörte Schamanen. Okay. Ja. Nicht den Typen schlagen. Sondern rangehen. Und mit Viereck. Dann kann ich mit dem reden. Aha. Da kannst du auch ein Emote. Also eine Emotion lernen. Und. Achso. Religion lernen auch. Und dann. Tschüss. Machs gut. So. Jetzt kann man als nächstes ein Gegner erschießen. Und ein leichtes Rüstungsteil anlegen. Aber ein leichtes Rüstungsteil habe ich schon gehabt eigentlich. Ja. Das ist verpackt. Achso. Das steht bei mir auch noch da. Das steht bei mir noch da. Ne. Ich bin Level 60. Haha. Vielleicht müssen wir einfach nur mal ein leichtes Rüstungsteil einfach nur mal bauen. Wir haben vielleicht einfach nur zu schwere, zu starke Sachen. Ne. Ne. Habe ich gemacht. Ich habe am Anfang für uns die ganzen Rüstungen hergestellt. Funktioniert nicht. Guck mal. Kanye hat geschrieben. Hehehe. 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 Aber hier ist es auf jeden Fall ganz schön verbaut, ey. Überall eine wenig. Was ist denn das für eine hässliche Figur? Was ist denn das? Ein Gollum? Ich bin ein Gremlin. Ach. Sind die ganz einfach. Geh weg. Tret den Typen runter. Ne. Das ist Sparta. Tret doch mal einfach runter hier. Von der Klippe runter treten. Tschüss. Der war ein Sparta. Der war schneller tot. Ne. Hehehe. Das war Light. Der war Beatz raus. ные gerochen.